Ist eine gute Geschichte, ist komisch. Du bist ein komischer Kerl. Was meinst du damit? Meinst du die Art, wie ich rede oder was? Es ist nur, weißt du, du bist komisch. Vor allem, wie du entsinnst das Ganze drum und dran. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Tommy, du verstehst Henry ganz frei, wie hält er? Er ist ja erwachsen, ich weiß, was er sagt. Was sagtest du? Komisch wie? Was? Na ja, du bist komisch. Du meinst du das? Ich will das verstehen, weil ich gerne... Vielleicht bin ich es. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Ich meine, komisch wie ein Clown. Du amizierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amizierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch? Komisch, das ist nur... Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt was. Nein, nein, das weiß ich nicht. Du sagst das. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal ist so komisch an dir? Sag's mir. Sag mir, was so komisch ist. 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 Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Was ist los mit dir, Henry? Ich dachte, ich würde geschnappt werden. Der hängt wie ein verdammter Geier an meinen Kind. Der will sich sorgen, wenn er nicht herkommt und die Rechnung vorlegen. Er sagt, er will das selbst. Ja, ist kein Problem. Er soll sich mir einfach auf die Rechnung setzen. Darüber wollte ich gerade mit dir reden. Du weißt, es handelt sich ja nicht nur um mir. Es sind sieben große inzwischen. Sieben verdammte Riesen. Schuldest du dich für sieben Tausend Dollar? Ich meine, das ist kein Papenstum. Das soll nicht etwa heißen, dass ich viel abgewiesen bin. Der völlig abgebrannte. Man trifft es sich ja wirklich gut, dass du nicht völlig abgebrannt hast. Das soll keine respektlose Geschichte sein. Ich weiß nicht, dass ich mich überrascht. Ein super-ass-Beat. Du kannst es mit... A welche Beat? Ein super-ass-Beat. Ich weiß, was das ist. Das ist eine wirklich gute Träcke. Okay.